Subta Vajrasana, Diamantenstellung im Liegen oder auch der ruhende Blitz, gehört zu den Rückbeugen, gehört aber auch zu den entspannenden Übungen Nach- und Zwischenrückbeugen. Raffaela zeigt einige der Variationen. Ausgangsposition ist der Fersensitz, der ja auch genannt wird Vajrasana. Du kannst dabei entweder auf den Fersen sitzen oder, gerade wenn du die entspannende Variation von Subta Vajrasana machst, ist es noch besser, zwischen den Fersen zu sitzen. Von hier ausgehend lege dich auf den Rücken, Gesäß auf den Boden, unteren Rücken auf den Boden und Brustkörper auf den Boden und entspanne im Liegen. Dabei die Füße rechts und links neben die Hüften und das ist die einfachste Variation von Subta Vajrasana. Und bevor Raffaela zu den fortgeschrittenen Rückbeugen aus Subta Vajrasana kommt, noch ein paar Worte zum Namen. Subta heißt liegend, heißt auch auf dem Rücken liegend. Und Vajrasana heißt zum einen Diamant, heißt auch Donnerkeil und heißt auch Blitz. Und der Fersensitz heißt deshalb Vajrasana, weil die Knie eben einen Winkel machen und auch Oberschenkel zur Brust, sodass man eigentlich das Ganze eher als Blitzhaltung bezeichnen muss. Trotzdem, weil Vajra auch Diamant heißt und Diamant etwas Wertvolles ist, wird die Stellung deshalb auch als Diamantenstellung bezeichnet. Gut, das wäre jetzt die entspannende Haltung aus Subta Vajrasana. Aber ich sagte auch, Subta Vajrasana ist auch eine Rückbeuge. Und so gibt es einige Variationen. Du kannst zum einen die Ellbogen auf den Boden geben, Brustkorb heben und Becken heben und Hinterkopf oder Scheitel auf den Boden geben. Das ist eine Variation von Subta Vajrasana, welche auch Mittelstufenübenden zugängig ist. Manche nennen das auch als eine Variation von Matsyasana. Manche werden die als Vajra Matsyasana bezeichnet. Dann gibt es fortgeschrittenere Variationen. Du gibst die Hände zum Beispiel über die Oberschenkel oder du gibst das Becken noch höher und versuchst mit den Händen zu den Knien zu kommen. Oder du kannst von hier ausgehend mit den Händen an den Unterschenkeln entlang nach vorne gehen. Also Knie am Boden, Becken oben, Brustkorb oben und du wanderst dann mit den Händen an die Waden, bis du zur Richtung Knien kommst. Eine nächste Gruppe von Subta Vajrasana wäre, du gibst die Hände neben die Ohren und nutzt die Hände, um den Brustkorb noch höher zu geben, Kopf näher zu den Füßen. Und so gehst du immer weiter. Irgendwann kannst du auch die Unterarme auf den Boden geben und die Ellbogen auf den Boden. Und wenn du willst, kannst du dann auch weitergehen, bis du mit den Händen zu den Füßen kommst oder gar den Kopf zu den Füßen. Das ist aber ein Thema eines anderen Videos zu finden auf yoga-vidya.de. Ein paar Worte zu der Wirkung von Subta Vajrasana. Subta Vajrasana dehnt die Oberschenkelmuskeln, hilft die Hüftflexibilität zu entwickeln, dehnt die Bauchorgane, ist hervorragend, um im Brustkorb Raum zu schaffen. Die Stellung aktiviert auch die Stärke der Arme. Die Arme sind gut daran beteiligt. Bei manchen Variationen musst du aufpassen, dass du stark genug Nackenmuskeln, einen gesunden Hals hast. Gerade denn, wenn das ganze Gewicht auf dem Kopf ist, muss dein Nacken das tragen können. Deshalb nicht jeder kann Subta Vajrasana in den fortgeschrittenen Variationen machen. Aber wenn du nur die Ellbogen auf den Boden gibst und den Hinterkopf, ist das auch für Menschen mit leichten Nackenproblemen machbar. Subta Vajrasana öffnet dich auch für die Kraft des Himmels. Bauch, Brust, Kehle sind offen. Dein Energiefeld, dein Pranafeld, deine Aura kann sich weit öffnen. Subta Vajrasana kann wie der Fisch dazu führen, dass du ein Gefühl von Freude, von Liebe bekommst und dich öffnen kannst für die Inspiration des Himmels. Subta Vajrasana, also eine schöne Rückbeuge. Du kannst sie machen statt oder nach dem Fisch oder auch im Rahmen der fortgeschrittenen Rückbeugen. Zum Beispiel nach Danurasana bzw. nach der Stellung des Kindes, Garbasana, nach Danurasana. Subta Vajrasana kann auch der Übergang sein zu den wirklich fortgeschrittenen Rückbeugen, wie zum Beispiel Kapotasana, die Taube.